Der Tender Elbe befindet sich auf der NATO-Unterstützungsmission in der Ägäis. Der Auftrag, Seeraumüberwachung und Meldung von illegalen Schleuseaktivitäten. Das Schiff hat den Hafen bereits verlassen, der Regulierer die Arbeit am Kompass beendet und die Mannschaft ihre Gefechtsbereitschaft an Bord unter Beweis gestellt. Wir fahren nun zu dem Sektor auf See, der von der Besatzung überwacht werden soll. Zeit für Fortbildungen im Schiff. Dort, wo in Thessaloniki das Spitzenessen stattfand, der Offiziersmesse, bildet Laura Teile der Besatzung fort. Sie wird bei Person über Bord als Notfallsanitäterin die Behandlung übernehmen. Während die Fortbildung noch läuft, gehen wir zum schiffstechnischen Leitstand tief im Inneren des Schiffes, direkt am Maschinenraum. Die Motoren werden hier ununterbrochen überwacht. Der Antriebsmeister ist seit zwei Jahren an Bord des Tenders. Wir machen eine Betriebsdatenüberwachung im Fernmodus. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, uns verschiedene Einzelmessstellen aufzurufen. Das sind im Prinzip die Betriebsdaten und die Betriebsparameter von zum Beispiel der Hauptmaschine oder eben auch die E-Aggregatanlagen. Jede Stunde machen die Antriebstechniker eine Runde durch den Maschinenraum. Sie überprüfen, ob die Anzeigen auf den Geräten von den Parametern auf den Bildschirmen abweichen. Bei Problemen greifen sie zum Werkzeug. Steven ist auch Rettungsschwimmer und wird im nächsten Teil Oskar den Dummy aus dem Meer retten. Die Besatzung hat mehrere Tätigkeiten, das ist ganz normal. Unter all den Maschinen ragt eine besonders heraus. Ja, wir sehen vor uns das Herzstück der Elbe, den Antriebsdiesel, also die sogenannte Hauptmaschine mit einer Leistung von 3.334 PS. Und von hier oben können wir ganz gut den Schriftzug erkennen. Das ist ein V12B-Turbo, also ein turboaufgeladener Antriebsdiesel. Es ist spät geworden. Nachts sind Schleuseaktivitäten hoch. In der Brücke hält die Besatzung im Dunkeln danach Ausschau. Dazu haben sie spezielle Geräte, die den Tender überhaupt erst dazu befähigen. Befinden sich Menschen in Seenot, hilft die Besatzung ohne zu zögern. Vermuten sie illegale Aktivitäten, kontaktieren sie die Küstenwachen, so wie es der Auftrag vorsieht. Der Morgen bricht mit verschiedenen Besprechungen an. Auf der Brücke wird der Kommandant auf den aktuellen Stand gebracht. Die Morgenlage beginnt, wie soll es anders sein, mit dem Wetter. Wir sind schließlich auf See. Der Stab trifft sich in einem Container zur Besprechung. Ein großer Vorteil des Tenders. Hier kommt das Baukastenkonzept zum Tragen. Mit dem Kran werden unterschiedliche Container an Deck gestapelt. Durch den Stab an Bord wird der Tender Elbe als Flaggschiff bezeichnet. Leiter des Stabes ist der CTU, der Commander Task Unit. Er erläutert kurz die Aufgabe des Stabes. Der Stab koordiniert die Bewegung der verschiedenen Schiffe in diesem Gebiet, denn wir sind hier nicht allein unterwegs. Neben uns, dem Verband, sind auch Einheiten der griechischen Küstenwache und der türkischen Küstenwache sowie von Frontex eingesetzt. Und darüber hinaus hält der Stab auch Verbindung zu unserem nächsten Vorgesetzten, einem amerikanischen Admiral, der auf seinem Schiff im östlichen Mittelmeer unterwegs ist. Ein Verband, der aus mehreren Regatten auch besteht. Nach den Morgenlagen ist die gesamte Schiffsbesatzung wieder gefordert, wenn es heißt… Einige Besatzungsmitglieder, die wir bereits gesehen haben, werden wir in anderen Tätigkeiten wiedersehen. Das seht ihr im nächsten Teil. Das ist ein Verband. Ein Verband. Ein Verband. Es ist die Verband.